Zu meiner Schande muss ich gestern, als ich noch nie auf dem Dampfschiff Neuchâtel war. Das behalten wir heute. Und da sind wir schon. Willkommen auf der Neuchâtel. Es ist eine echte Rarität, die Bauer 1912 von Escher Weiss in Zürich. Die Dampfmaschine ist zwar nicht mehr das Original, aber trotzdem historisch. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Das sind zwei Exzenter, die einen Schieber steuern, so den Dampf zum richtigen Moment in den Zylinder hineingehört. Kommando vom Kapitän kommen über diesen Maschinentelegraphen. Ein bisschen speziell ist, dass der Maschinenstand auf der Seite der Maschine steht. Es ist eine Zweizylindermaschine, die 1926 von Mach Bay in München geboren wurde. Eigentlich hat das Dampfschiff Leibig Pessler auf dem Kliemsee. Die Temperatur im Maschinenraum ist über 40 Grad. Jetzt noch einen Blick auf einen Dampfkessel und einen Brunner. Der Einbau einer neuen Maschine wurde nötig, weil die Originalmaschine 1968 ausgeboren wurde. Das Schiff hat ab diesem Zeitpunkt nur noch als stationärs Restaurant gefeiert. Bis es dann vor 10 Jahren konnte restauriert und wieder in Betrieb genommen werden. Das Dampfschiff Neuchâtel ist der letzte Hauptsalondampfer der Schweiz. Das Schiff ist speziell tief gebaut, sodass es unter den Brücken vom Ziel- und vom Breuenkanal durchfahren kann. Dann gehen wir noch zum Kapitän. Gesteuert wird das Dampfschiff mit einem Joystick. Man findet auf der Brücke alle modernen Navigationsmittel wie GPS und Radar. Das ist der Maschinentelegraph. Ein Highlight ist der Salon. Das Dampfschiff Neuchâtel kommt im Hafen von Neuenburg an. Mehr über den Schiff hörst du im Schiffspodcast am 1. Juni. Dann spreche ich nämlich mit jemandem, der bei der Rettung des Dampfschiffs betriebende Kraft war. Mehr über die Säure an! Mehr über die Säure an! Mehr bei der Säure an! A, 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 A! Mehr über die Säure an!